Es reicht ein Krimmelglauben, winzig wie ein Samenkorn. So lassen sich Berge versetzen, mächtig wie das Matterhorn. Es reicht ein Krimmelglauben, Jesus lädt uns ein, ihm zu vertrauen, dann wird uns nichts unmöglich sein. Nichts, nichts, nichts ist unmöglich. Alles, alles, alles ist möglich, dem der Jesus glaubt. Nichts, nichts, nichts ist unmöglich. Alles, alles, alles ist möglich, dem der Jesus glaubt. Dem der Jesus glaubt. Es reicht ein Krümelglauben, winzig wie ein Samenkorn. So lassen sich Berge versetzen, mächtig wie das Matterhorn. Es reicht ein Krümelglauben, Jesus lädt uns ein. Ihm zu vertrauen, dann wird es sich so möglich sein. Bei dem zweiten Teil, nichts, nichts, nichts ist unmöglich, kann man eine schöne Aktion machen, indem man seine Mitsinger, die Kinder, das Publikum, wie auch immer, in zwei Gruppen einteilt. Die ersten stehen auf bei nichts, nichts, nichts ist unmöglich, setzen sich dann wieder, dann stehen die anderen auf und machen, alles, alles, alles ist möglich, dem der Jesus glaubt, setzen sie sich, die ersten kommen wieder, nichts, nichts ist unmöglich, und am Ende sitzen wieder alle und dann ganz am Schluss stehen wieder die ersten auf und dem der Jesus glaubt. Und da gibt es immer ein wunderbares Gelächter. Da hat man wirklich Spaß dabei. Kann man auch im Familiengottesdienst machen. Viel Spaß bei dem Lied. Hast du Spaß gehabt an diesem Video? Hey, wie schön. Abonniere meinen Kanal und bleib auf dem Laufenden. Unten in der Videobeschreibung findest du einen Link. Da kannst du, wenn du möchtest, diese Arbeit unterstützen und dafür sorgen, dass noch weitere Videos entstehen. Ich möchte gerne Kindermitarbeitende unterstützen und ihnen helfen, dass sie begeistert mit Kindern singen. singen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!